Ich muss nochmal auf Ebay-Anzeigen kommen, da annoncieren welche, wir suchen Helfer für 10 Euro die Stunde, maximal 3 Stunden, das heißt diejenigen geben vor, wie lange man zu arbeiten hat. Nehmt die, wenn ihr ganz billig was nehmen wollt, nehmt die. Das Risiko, tragt ihr selber, denn es sind deine Möbel, es ist dein Umzug und es sind deine Beschädigungen, die du am Treppenhaus machst. Ich würde keine Studenten oder was weiß ich, die halt nebenbei machen. Ich weiß, früher in jungen Jahren haben wir das auch selber gemacht, aber es war nicht so preiswert, oder da konnte man das auch nicht so preiswert machen, es war aber nicht so professionell, wie Calita das macht. Und vergleich doch mal, wenn du selber machst, du brauchst, was du alles brauchst, du brauchst Freunde, die dann ausfallen etc. Frag ein Calita, was er nimmt und vergleiche. Ja. Ja.